Aufnahme gestartet, gefunden und los geht die Brühe. Neue Welt, neues Leben oder so ähnlich, könnte man meinen. So ist es. So ist es mit den Paketverlusten, weil die sind gerade hardcore. Ja, ich glaube da ist relativ viel bezüglich WLAN und so, aber das ist ein anderes Thema für sich selbst. Warte, kannst du mal kurz, wow ich habe hier Nebel. Kannst du mal kurz rüber, wow cool, das sieht super aus, das sieht echt cool aus. Egal. Ich dachte mir. Ja, ich versuche, ich versuche mal mit meinen Legs jetzt irgendwie das zu regeln, aber gerade ist, warte mal, ich habe die Ursache gefunden. Hier war das jetzt nochmal, so. Nein, nicht Office starten. Das Spiel kann unter Umständen stecken oder angehalten werden, wenn sich ihre Verbindung nicht bessert. Ja, jetzt haben wir Corona. Ne. Bist du online? Bist du nicht? Kannst du kurz gucken? Ja, ich bin da. So was ich schauen kann, ich bewegen kann ich mich nicht so. Du siehst ja hier, ist der Keller für dich groß genug so, oder? Die Wände sind ja gezogen. Ja, hier, hier irgendwie hier so hoch. Ja, geht. Ist das für dich okay, dass ich das so mache? Geile Idee, ja. Dann könnten wir sogar eine Schatzkammer hier hinten reinballern. So in die Ecke. Da muss ich dann gucken, wie ich das so Gras anpflanzen oder ein bisschen säen kann man nicht, oder? Also du kannst mit dem was hingeworfen. Wo? Da ist der Pflug. Ach so, das Ding. Mit dem kannst du den Rasen platzieren. Oh, neues Powerback. Kultivieren, Gras. Oh, Tannenbäumchen. Aber was ich brauche ist Stein. Ohne Stein wird hier nichts funktionieren. Ja, aus dem Lager. Ich habe schon genügend. Das geht schon. Boden erhöhen. Ach, wisst ihr was? Eigentlich sollten wir jetzt noch Zinn irgendwie rüber scheffeln. Oh, ich bin wieder komplett zu 100% hier. Da war, glaube ich, irgendwas kurz am Netz, was ein bisschen viel gezogen hat. Ist doch schön. Also wirklich. Ist cool. Ja. Sorry für das, aber eben, ich muss diese BSKs Kabel haben. Sonst. Ja, ja. Geht ja auch so. Also. Es funktioniert nicht. Dass du mehr Licht hast. Ich brauche doch kein Licht. Danach. So. Ach, das muss ich jetzt hier hin platzieren, weil... Ähm... Jetzt pack ich wieder... In die Küche. So. Ähm... Kann ich hier... El... Steinow... Ja, haben wir hier noch. Da musst du rüber porten. Ja, ja. Ich weiß schon. Ich weiß das. So. Interessant. Wenn du die Holzpfähle... Wenn ich an eine Steinkonstruktion ranballerst, dann verrotten die nicht vom Regen. Warte mal. Jetzt nimmt mich das mal runter hier. Mit der Voraussetzung. Hä? WTF? Sag mir jetzt nicht, dass ich hier... Und wenn ich hier ist, lass uns nochmal schlafen. Hey, wir haben kein Kernholz mehr... Let's nicht richtig jetzt gerade hier gedeutet haben. NACTU loudly... Ach, ist das Kacke. Jetzt mit welchem Karten gehe ich? Warte mal, wo haben wir am besten? Kernholz? Warte, Kernholz gewinnt man. Hast du den Pflug noch? Äh, jo, bei mir. Ich habe zusätzlich noch eine Frage. Du kannst den bestimmt haben. Hier, ich habe wirklich noch eine Frage. Ich bin zu doof. Das kannst du bestimmt irgendwie nicht, äh, ah, doch, das, oh, warte jetzt mal. Ich habe es, glaube ich, rausgekriegt, wie ich das am, nee. Kieferzapfen. Irgendwo haben wir sicher Kieferzapfen. Warum soll ich mir, warum soll ich in den Dunkelwald gehen, wenn ich einfach hier, Kieferzapfen. Ja, ich habe es. Kieferzapfen. Kieferzapfen. Bum, bum, bum. Ja. Kieferzapfen. Wie ist das? Kieferzapfen. 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 Das müsste ja rein theoretisch aufgehen, ne, wenn ich da hinten, oder bin ich jetzt komplett am falschen, am falschen Wegesrand abgebogen. Könnte natürlich auch sein, ne. Mann, jetzt. Ähm, das Spiel heißt Valheim. Ja. Ja. So, äh, Steam. Ja, das ist mir bekannt. also ich bin ganz voll ab der rolle ich auch also ich muss muss sich nach enttäuschen nach dieser folge ist schicht im schaft ja passt schon und ich habe jetzt die kiefer samen platzieren hoffe dass das so passt so dass wir dieser hier kennst du ja habe ewig lange zeitwegs gespielt ich habe fast 400 stunden drin ist zwar nichts fast 400 stunden sind nicht das ist schon wie sagen wir das ist schon gut ja wie gesagt ich ich habe das ewigst lange besucht das so ok dann hier ja auch noch mehr wo es ist nein ich habe kein erbstück es habe ich nie erhalten es ist das erhältst du von diesen apex packs die du kaufen kannst und den for free dann habe ich es halt nie bekommen es gibt noch viel zu tun hier ne eigentlich sehr viel sogar wir haben ja projekte die wir ja ich ich sag mal wir sind wieder viel zu viel mit planung und co und ja eins zwei drei eins zwei drei noch einer dann haben wir es einen finden holz 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 heilige mutter maria ja es ist ähm mein name ist wie hieß der nochmal äh bloodhound ähm und eins zwei drei vier der mit dem sch der mit dem äh aber wie heißt der typ der durchwährende sehen kann die beiden sind zu meinen dumm das ist einer so haben wir jetzt hier erlässig nur nöööö die Kinder und so wie alle dann machen wir hier 3-3 ne äh ich wollte mich verarschen immer fehlt hier irgendwas super mehr als 50 haben wir hier nicht ne steine also hast du mir ja hingepflanzt Patrick mehr gibt es wohl nicht ne von deiner seite aus äh vier mal oh je ja meine internetverbindung ist am Arsch ich muss den Stream beenden jetzt ist sie wieder da aber your connection are lost ja so bin ich wieder da keine Ahnung fragt das ein Anwalt auf jeden Fall auf jeden Fall ja ich bin irgendwie wieder da wie da auch nicht du bist hängen geblieben aber jetzt desto trotz ja das mit den ähm technischen Problemen das ist jetzt halt so da kann ich nichts dafür aber trifft sich hier gerade gut weil ähm ich muss sowieso gleich also von dem her wie lange haben wir jetzt aufgenommen ich hab keine Ahnung äh jetzt noch 2 Minuten dann haben wir die 15 äh 15 ok ja dann dann wirds halt alle allerhöchste äh eisel und hab ich das Problem ich hab keine Ahnung ich hab keine Ahnung sonst hätten wir auch connection ne aber ne Connexiones äh äh keine Ahnung hab ich die 50 Steine schon wieder durchgeballert das ist ja nicht zu glauben wie viel man ja immer nur durchballern kann das ist was auch immer bei mir im Hintergrund also das ist nicht nur äh Nvidia ja ja das ist ja auch äh sprach also das wir auch hier miteinander quatschen zum Beispiel das hier auch ja jetzt ist das Spiel weg in dem Sinne ich verabschiede mich schon mal vorläufig tut mir leid für dieses technische Malheur aber vielleicht nicht ist mal besser ja und dann sehen wir uns wieder ne nächste Runde neues Glück und ja echt toll ich hab glaube ich zehn Jahre am Keller gebaut ja aber immerhin steht das Ding jetzt mal immerhin läuft das Spiel flüssig ich kann nicht abbauen ist es dein Ernst auch keine Scheiße normales so jetzt ja das Spiel auch flüssig ne also das ist äh auf jeden Fall mal äh was neues oder? gut ja dann bis zum nächsten Mal ich verabschiede mich tschüss und tschau 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 tschau